so hallo wir machen weiter bei super mario maker 2 letztes haben wir die letzten level von rasierer uns angeguckt und jetzt würde ich tatsächlich gerne mal wieder eine runde super expert ausprobieren einfach gucken wie weit ich mit skip komme denn mein rekord ist bei 4 und das würde ich doch gerne brechen mit skip na also mit skip ich muss doch nur strategisch vorgehen ich werde doch wohl mehr als vier level schaffen und ein bisschen glück haben und ein bisschen glück haben dass wir auch noch ganz gut ein bisschen glück und schöne level ohne getroffen zu werden das klingt schon super ok manchi ran können wir erstmal spielen ok oh scheiße ok aber das würde ich gerne weiter ausprobieren der anfang war noch machbar es war zeitlich alles in ordnung scheiße aber jetzt kann ich gucken was noch kommt ob ich es mir weiter zutraue oder nicht nämlich vor allem ok erstmal bekommt es ein like dann sammeln wir die leben ein und jetzt müssen wir es erst recht versuchen zu schaffen ok es ist nur noch diese wasser teil dann haben wir es geschafft das sollte hinzukriegen sein nein nein ich habe es versaut ach komm das ist das ist jetzt ein echt ärgerliches leben was ich verliere hier wie habe ich denn das jetzt geschafft das zu versauen an der stelle also ich verstehe nicht wie ich das gerade geschafft habe das zu versauen echt nicht es ist mir ein rätsel nein fast fast das ist nur noch diese ecke nur noch diese ecke da muss ich gut nehmen dann haben wir es ich muss also das ist eines der level was ich schaffen kann deswegen muss ich das weiter spielen da gibt es gar keine diskussion oh oh jetzt sage ich doch sage ich doch oh mein gott ja okay und wir haben tatsächlich nur ein leben insgesamt verloren dadurch sehr sehr schön weiter das war doch mal ein guter start was jetzt und off switch speedrun in sky 30 sekunden oje na mal gucken ja ich muss es mir jetzt angucken ich kann so noch nichts sagen also ein paar leben muss ich jetzt erstmal verlieren gut hat gut funktioniert was soll ich tun was soll ich da machen verstehe ich irgendwas nicht was verstehe ich denn nicht man jetzt verliere ich hier leben ich glaube wir skippen ich glaube wir skippen wo man ich treffe die einfach nicht da oben aber das sind doch an auf blöcke da oben oder das ist doch der on off ich muss da doch nur hinspringen können hä wiezu bin ich denn unfähig fake man wir probieren das level waren anders ich verliere zu viele leben hier aber das level will ich noch spielen aber halt nicht jetzt noch mal 30 sekunden ok ok nein nein das wird nix das sehe ich jetzt schon dass das nix wird klassisch technik ok what ich glaube das ist irgendwie tl ist doch bestimmt irgendwie so wieder so ein team irgendwas level was so übelst krass ist einfach ne ich glaube nicht ich weiß nicht wofür das l stehen könnte twirl your way to wick ohne den boden das wird auch wieder nix aber es kann ich probieren weil solange ich nicht sterbe und einfach nur den boden berühre passiert ja nix ja genau perfekt guter start das sieht nach kaiser kram aus das wird auch nix da muss ich irgendwie wahrscheinlich hier und dann ja genau das wird nix gegen die zeit technik aber jetzt wisst ihr warum ich dieses frosch level am anfang spielen musste ja das wird glaube ich auch nix einmal probieren wir es noch und da muss ich dings machen okay weiß ich nicht ob ich sowas schaffe glaube nicht ja moin ich habe auch keine ahnung wie es da unten weitergeht deswegen ne wir skippen aber das schauen wir uns doch an das würde ich mir noch angucken nachher rng manipulation keycheck ja das ist jetzt glaube ich auch ein level was selbst ein no skip dinger hier na das ist ja ja das ist irgendwie so so und du darfst die schlüssel nicht einsammeln level ach gegner töten darf ich auch nicht ja okay ich habe es eh schon versaut also ab dafür 20 sekunden das wird auch wieder nix aber wir probieren es aus ne solche level kann ich nicht spielen solche level kann ich nicht spielen squid game rätsel ok rätsel könnte gut laufen außer es ist ein troll level hä bruder was was soll ich hier tun hä wie soll ich denn warte 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 wie soll ich da runterkommen soll ich auf den dingern weiter oder was denn warte warte Nein, nein, ciao. Jetzt wisst ihr, warum ich nur vier habe. Testgame TA. T ist doch wieder so ein Team-irgendwas. Das ist ja Team... Ach, Time Attack oder so, ne? TA? Da muss man irgendwie die ganz krassen Moves drauf haben. Wie man hier am schnellsten vorankommt. Egal, ich habe sie nicht drauf. Never mind. Thema Technik. Okay, was ist jetzt los? Ist das ein Troll-Level? Das ist ein Troll-Level? Ja, ich hab die einem Troll-Level. Oh, ja. Scheiße. Ja, es hat was von einem Troll-Level, aber irgendwie auch nicht. Oh, Kamei. Okay. Das ist passiert. Oha. 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 Da oben ist der on-off. Okay. Okay. Okay, könnt ihr jetzt, könnt ihr die hier unten jetzt erstmal sich verpissen? Oh, schade. Komm, mach den Abflug jetzt. Nice. So, er ist auch weg, ne? Okay. Okay. So, jetzt macht er einen Abflug. Oh. Okay, ich glaub, er kann keinen Abflug machen. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt ein P-Switch. Was bringt er mir? Okay. 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 Oha. Okay. muss ich dann rein oder wie gut dann ich kann dann hey wie soll ich da rein ich kann da nicht stehen ach scheiße okay das hat das dauert jetzt halt wieder ewig dahin zu kommen aber es könnte sein was ich schaffe wie lange wie lang ist da die zeit er toll zehn minuten sagt halt nichts aus ich verstehe doch nicht so ganz stehen das konzept des levels gut dann haben wir das auch schon wieder dann sind wir ja schon hier bumm das war kritisch aber hat funktioniert so okay aber was soll ich jetzt hier also wie soll ich da also was mache ich am besten also das nicht ach da oben ist auch ein pau okay okay ich habe nichts gesagt der pau okay das muss beides kommen nicht nur der p-switch auch der pau so jetzt kommen doch beide oder ja ja moment aber jetzt ist ja das war jetzt offensichtlich schlecht weil ich jetzt ja gar keine möglichkeit mehr habe in die tür zu kommen oder doch doch habe ich 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 habe alles gut ich muss es genau alles gut ich muss es genau ja okay es wird gut getimt sein boah okay war es jetzt was jetzt checkpoint wäre mal ganz cool das ist kein checkpoint aber ich krieg nach wie vor das war nicht was ich wollte aber ich krieg nach wie vor mein power up wollte ich sagen ja ich muss eigentlich nur dafür sorgen dass diese dinger auf ihm landen aber wie oder ich versuche einfach ihn zu treffen scheiße ich muss runter fuck aber ich wollte nicht bis nach oben zu ihm Mist das war nicht ich versuche das quell denn dann bringe Kompletter Fail, hier. So. Okay. Okay. Tschüss. So, jetzt muss als erstes der Pau kommen, dass wir die ganze Scheiße hier oben loswerden. Mann. So. Möge er spawnen, bitte. Danke. Mann. Das war nicht, was ich wollte. Alter. Na, bitte. So. So. Heieieiei. So. Jetzt kommen wir wieder zum komischen Bosskampf. Ich darf halt nur nicht hoch springen. Ich habe ja genug Möglichkeiten, meinen Power-Up immer wieder neu zu holen. So, das ist ja überhaupt nicht das Problem. Ähm. Schwert? Danke. Hilfe. Aber ich muss halt irgendwie... Ich muss halt irgendwie... Ja, doch. Ich denke, ich weiß schon, was ich machen kann. Lol. Er wurde zerquetscht. Er wurde zerquetscht. Äh, lol. Was? Wait. Und es ist nicht vorbei? Wait. Was muss ich denn dann machen? Hä? Was muss ich denn tun? Ach, da kommt jetzt ein Peace Witch raus. Okay. Und was kommt jetzt hier raus? Der Pau? Ja, aber hä? Hä? Äh. Jetzt habe ich einen Schlüssel gekriegt. Okay, wow. Das ist ja super. Hat ja gut funktioniert. Kriege ich jetzt endlich mal einen Checkpoint eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Wir gehen einfach durch. Wir gehen einfach durch. Irgendwas wird schon stimmen. Checkpoint. Oh, das... Oh, die Lava steigt. Oh Gott. Was muss ich hier machen? Muss ich hier schnell sein oder... Oh, scheiße. Ich glaube, da ist... Ich glaube, hier endet meine Reise. In diesem Level. In diesem Level. Oder geht die auch wieder runter? Das sieht nicht gut aus. Ah, okay. Die geht auch wieder runter. Das sieht doch gut aus. Okay, okay. Die geht wieder runter. Die geht wieder runter. Das ist gut zu wissen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Ich bin tot. Ich werde dem nicht ausweichen können, was jetzt kommt. Was... Oh nee. Ah, ist das böse. Ich warte jetzt erstmal hier. Ich warte jetzt erstmal hier. Ah, dann kann ich jetzt nämlich die Typen erledigen. Genau. Dann kann ich hier schon mal die Dinger aufmachen. Dann kann das Schwert nämlich weiter runter fallen. Nachher. Und ich muss nicht da hochklettern. Ja, genau so. Okay. Okay. So. Jetzt sollten die alle weg sein. Na? Das ist knapp, aber es geht. Das ist sauknapp, aber es geht. Genau so machen wir das jetzt. Alter. Ach, er ist schon weg. Okay. Okay. Jetzt muss ich nur noch da drüben den Dings erwischen. Beziehungsweise das machen wir jetzt einfach alles von hier aus. Okay. 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 Alle weg. Ich warte lieber nochmal die Lava ab. Ich warte lieber nochmal die Lava ab. Ist mir egal. Okay. 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 Was jetzt? Ich muss jetzt wahrscheinlich den Link verlieren, na? Achso. Nee. Achso. Scheiße. Krieg ich ein neues Schwert? Ich krieg kein neues Schwert. Das ist schlecht. Oh nee. Was muss ich denn jetzt hier machen? Also, wie löse ich denn den P da unten aus? Ach, nein. Hoppala, wollte ich nicht. Nein. Na, boah. Mann, okay, hat aber funktioniert. LOL. Die tun mir hier nichts, das wusste ich nicht. Oh, never mind. Die tun mir da nichts, das ist ja krass. Das ist ja krass. Na, ich... Oh, ich hab keine Lust mehr auf das Level. Ich hab so keine Lust mehr auf dieses Level. Mann. Ich mein, ich kann's jetzt notfalls auch mit den Viechern machen. Also, die dürften jetzt nicht so krass stressen. Die dürften jetzt nicht so krass stressen. Am Ende geht's ja um ihn hier. Warte, hat er sich gerade in die Lava begeben? Ich glaube, er ist schon down. Ich glaube, er ist schon down. Kann es sein? Ist er schon down? Ich glaube, ich bin ihn schon los, ne? Nein! Ich... Ich... Oh! Mmh! Jetzt ist es langsam was Persönliches Oh, jetzt hängt er da oben drin Ach du Scheiße Ach du Scheiße Da hängt er jetzt aber gar nicht gut, ne? Das ist jetzt nicht gut Das ist jetzt gar nicht gut Ja, fuck Okay, wir skippen Das wird nichts mehr Ich weiß halt nach wie vor nicht, wie der Bowser geht What? Hä, was soll ich da machen? Hä, okay, ne, tschüss Was ist das denn? Autoscrolling Einzelspieler Ja, das war's dann wohl auch schon Tschüss Yoshi ist drei Eier Okay Okay, das sieht nach einem Rätsellevel aus Aber ich verstehe nicht, was mir das jetzt gebracht hat Ich glaube, ich muss ihn hier killen Kann das sein? Ach, ich sehe hier oben, was passiert Ja Ja Vielleicht reicht's, um ihn zu killen Ja, der untere ist nicht tot Du musst langsamer Das ist, okay Wahrscheinlich ist das einfach nur eine Timingssache Ja Ja, nevermind Nee, das wird wieder nix Ach, Mann Aber solange ich halt nicht sterbe Und die Zeit nicht abläuft Kann ich's ja weiter probieren Aber ich schätze, es kommen drei solche Rätsel Weil es heißt drei Eier Mann, das war so knapp Ja, ich schätze, ich schätze, was ich nicht Okay. Ähm. Ich komm hier nicht raus. Ja, äh, what? Äh, ich hätte euch bestimmt mitnehmen müssen. Okay, ich bin tot. Ich wollte noch skippen. Ich wollte skippen noch. Mann. Ach, das ist doch scheiße. Ja, das war nix. Ja, das war's dann auch. Speedrun Poison. Nein. Das spielen wir nicht. SS-86-W-3-2. Ja, das klingt vernünftig. Nein, klingt nicht vernünftig. Tschüss. Was zur Hölle? Thema Technik. Nein, das ist auch irgendein Kaiser-Kram. Da bin ich raus. Hart. Jo, Bruder. Wo sind die Koopas? Äh. Hilfe. Ich bin tot. Ja, das war's dann auch mit meinem Endless-One. Unfassbar. Okay, jetzt probieren wir das eine Level noch aus. Mit dem On-Off-Ding. Was ich ausprobieren wollte. Ey, es ist so krass, na? Es ist so krass einfach. Nee, wo muss ich denn da hin? Nein. Nein. Boah, wie ging das denn, dass ich da hinkomme? Ach, hier. Gespielte Level. Da war's. Okay, let's check the Clearweights. Oh lol, das ist noch nicht mal gecleared worden. Das ist ein Null-Prozent-Level. Okay. Okay, das scheint sogar machbar zu sein. Das ist ganz weird gewesen. Ah, Meld-Trikot 10 Minuten. Das ist halt... Das ist krass. Ich würde mich... Das würde mich auch interessieren, wie das weitergeht. Aber... Pfff. Das war auch interessant. Aber ich glaube nicht, dass ich da... eine Idee habe, wie ich das machen soll. Das war ja auch sehr merkwürdig. Das habe ich gar nicht großartig gestartet. Na, das war relativ schnell vorbei für mich. Ja, das war auch das eine ganz merkwürdige Level. Ja, das war auch so ein... So ein Kaiso aus... Ja, genau. Kaiso, Conchell, bla bla. Das war auch nix, was ich hätte spielen können. Da ist das, was ich spielen wollte. Was ich jetzt testen will. Und das haben wir geschafft. Oh, je. Boah, aber die Clearweight sagt halt auch nicht unbedingt. First Normal, Final Heart. Ach, du Schande. Das heißt, das wird noch schlimmer. Aber ich verstehe halt nicht, warum ich diesen Off-Dinger da oben nicht erwischt habe. Ich bin wahrscheinlich einfach zu schlecht gesprungen oder so. Weil das muss doch eigentlich funktionieren. Ja, genau so. Genau so. Also, das ist dann der leichte Teil wahrscheinlich. Das ist dann der leichte Teil. Ja, Halleluja. Ja, Halleluja, wenn das der leichte Teil ist. Mist. Okay. Aber wir kommen schon mal weiter. Okay. Ja, dann verfehle ich das immer. Junge, 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 Junge. Crazy, crazy stuff is going on here. Oh Mann, das ist so... So komisch zum Anspringen. So richtig komisch ist das zum Anspringen. Dann erwische ich den Sprung immer nicht. Der Sprung ist auch nochmal merkwürdig. Okay, was jetzt? Okay. Noch kann ich den Aufbau nachvollziehen. Ach Mann. Nein, ich hab die Münzen verpasst. Aber es ist jetzt mal egal. Ich hab noch mehr ver... Ah, ich muss den Notenblock erwischen. Okay. Okay, ich muss den Notenblock erwischen. Ach Mann. Ich will mehr von dem... Ich will wissen, ob ich das schaffen könnte. Ich muss später springen. Ich muss später springen. Das ist so exakt. Das ist so exakt. Du darfst nichts anders machen, als es erwartet wird. Okay. Ich mein, wir sind bei 154 von 200. So viel kann da nicht mehr kommen. Ich springe immer zu bald. Ich merke, dass ich da muss wirklich ganz, ganz, ganz am Ende, ganz am Rand sozusagen abspringen. Ganz am Rand muss ich abspringen. Ja, perfekt. Ja, das war wieder zu. Ja, 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 immer noch zu bald, immer noch zu bald, immer noch zu bald, noch ein bisschen weiter rennen, noch ein bisschen weiter rennen. Ah, nee, immer noch zu bald, immer noch zu bald. Ich trau mich nicht, aber ich muss noch später abspringen. Boah, kritische Hase, echt. Jetzt aber. Okay, und jetzt? Okay. Okay, so weit, so gut. So weit, so gut. Okay, der letzte, beim letzten muss ich nochmal die Sprung-Taste ordentlich drücken. Und dann in die Tür. Und dann in die Tür und dann keine Ahnung, was noch kommt. Ich hoffe halt echt, er zieht nicht noch krasser mit der Schwierigkeit an. Nein! Weil ich meine, ein paar Sekunden bleiben noch übrig, da könnte noch irgendwas Böses kommen. Das macht mir Sorge. Nein, das war zu bald. Aber wir, ich meine, wir kommen ja ganz gut, ne? Also ich will jetzt schon noch ein bisschen gespielt, das Level. Das Level will ich schaffen. Dieses Level will ich schaffen. So. Okay, und jetzt? Der letzte Sprung war's. Okay, das schaffen wir. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Jetzt weiß ich, dass wir's schaffen. Sehr gut. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. Bis dann der finale Sprung sitzt. Oh, der war fies. Der finale Sprung war fies. Okay. Aber ich will dieses Level in meinen geschafften Leveln haben. Das ist jetzt was Persönliches. Das ist jetzt was Persönliches. Ich will das jetzt haben. Okay. 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 Mist. Mist. Nein, es war wieder zu bald. Ich hasse alles. Ich merk's doch, dass es zu bald ist. Mann. Ich will nur in den letzten Raum. Den will ich spielen, nicht den anfangen. Ah, könnte... Nein, schade. Ich hasse es. Ich hasse es, dass es so knapp ist. Ach. Was soll das denn? Da muss ich gar nicht... Da muss ich gar nicht so knapp springen bei diesem kleinen blauen Ding. Das kleine blaue Ding bekomme ich auch so ganz gut. Ja, so. Perfekt. Okay, wir kommen mal wieder bis zur Tür. Ja, fast. Ist ja selten genug, dass wir an die Tür kommen. Nein. Oh, doch. Oh, lol. Ich hab den verfehlt. Jetzt bin ich wirklich viel zu bald gesprungen. Schade. Ich fände schon, wenn wir es noch vor einer Stunde schaffen würden. Aber so wird es nix mit vor einer Stunde. Wir haben noch vier Minuten. Ah. Kritisch. Kritisch. Okay. 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 Oh nein! Nein! Ich hab es. Nein. 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 Nein, wir nähern uns der Stunde. Ach, jetzt war ich wieder viel zu bald, mann. Ey. Ja, okay, wir kommen bis zur Tür, 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 Tür. Tür. Ja, das war's dann mit der Stunde. Schade. Aber ihr kennt mich, ich werde das jetzt noch spielen, bis ich es geschafft habe. Also wenn ihr das nicht mehr sehen wollt, entweder vorskippen, bis ich es schaffe oder ausmachen. So. Nein, das wird nix. Dann jammert er wieder, dass er keine Zeit hat. Aber das ist jetzt, das ist jetzt, ich kann das jetzt nicht abbrechen. Das geht nicht. Nein, Mann, dieser Sprung ist so scheiße. Ich glaube, das ist der schwerste Sprung in dem Level. Okay, Tür. Tür. Ja. Aber halt nicht durchgehen durch die Tür. Tür. Ja. Okay, Tür. Nein, das war's die andere. Okay. Wir nähern uns. Wir nähern uns. Wir nähern uns dem zweiten durchgehend durch die Tür. Hauptsache wir schaffen diesen Abschnitt jetzt jedes Mal. Mal. Das wäre schon schön, wenn wir da Konsistenz reinbekommen würden. Ja. Ah, fast. Okay. 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 Ja, das habe ich befürchtet, dass das wieder passieren wird. Das habe ich befürchtet. Da muss ich auch schauen, dass ich wirklich möglichst spät abspringe. Aber wir sehen, es war eine gute Entscheidung, das im Endless zu skippen. Wir hätten hier alle Leben verloren. Schon beim zweiten Level, also. Da haben wir zumindest noch ein paar mehr Level gesehen. Wenn auch sich am Ergebnis tatsächlich nichts geändert hat, weil wir hatten so oder so nur ein Level geschafft. Jetzt fange ich hier wieder an zu struggeln. Das ist doch scheiße. Wir sind hier doch so schön durchgekommen jetzt ein paar Mal. Kann man das nicht so beibehalten? Ich weiß schon gar nicht mehr, was nach der Tür auf mich wartet. Ich weiß nur noch den Schlusssprung. Aber ob ich bis zum Schlusssprung hinkomme, weiß ich ja nicht. Das war ja auch nochmal Zeug, was ich machen muss. Aber ich weiß nicht mehr, was ich da machen muss. Die Chance auf die Tür. Tür. Okay, Tür. Tür. Okay, was kam jetzt hier alles? Fuck. Hab ich da... Bin ich da... Ah, scheiße. Ich glaub, da darf ich nicht den Sprungknopf drücken, ne? Ich glaub, da darf ich nicht den Sprungknopf drücken. Ich glaub, der macht den selber den Sprung. Ah, wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich das beim ersten Mal gemacht habe... Dann wüsste ich... Ach, scheiße. Dann wüsste ich, was ich zu tun habe an der Stelle. Ich glaub, ich muss einfach nur drüber laufen. Ich glaub, ich muss einfach nur drüber laufen. Fuck. 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 Okay. Chance auf die Tür. 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 Ja. 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 God dang it. Nimm das Level. Nimm das Level. Oh mein Gott. Okay. Ah. Danke fürs Zuschauen. Falls ihr noch da seid. Und tschüss. Hmmm. Wahnsinn. D病ha. So.